Das war so typisch klar. Warte mal, sonst ist der abgelenkt. Na, Backel. Würmchen. Du Wurm. Ja. Kommst du in die Nähe, kommst du ran. Chalapeno. Schote, jetzt wird's heiß und feurig. Feurig heiß. Geh, schau, es ist leer. Das ist auch leer. Das habe ich gerade leer gemacht. Gut. Ich wollte schon sagen, ey. War normal, mein, dann nicht. Das ist mir zu viel Arbeit. Ehrlich? Na, Schrupfinde ist mir zu blöd. Erwähnt Hosen. Staubbeugten. Nichts Rotes? Nichts heute rot und morgen tot? Wen haben wir denn da? Nichts. Einen Totenschädel. Hä? Was ist denn das? Fliegt da was? Nee, es hat keinen Kopf mehr. Wie willst du an denken? Das weiß ich nicht. Guck mal, da sitzt du doch. Hi. Servus, Natalie. Was wollen Sie? Und keine Tricks. Entschuldigung, ich wollte nicht, ich gehe dann wieder. Gut. Ich rate Ihnen, das Gefängnis da drüben zu meiden. Dort hausen Barbaren. Und die Anstalt kann jederzeit zu einem Schlachtfeld werden. Echt? Du willst mich jetzt aber nicht gerade verarschen, oder? Hä? Immer dann, wenn ich nicht hingucke. Naja. Ist der Wien, der Wien so ziemlich schickend. Ne, wahr? Ich habe ein paar Brandgranaten. Ich habe nur sehr viel Sprengstoff für die. Geht nur, ich habe keinen Sinn dabei. Ja, den habe ich noch nicht gekauft. Weißt? Ja, leck mich. Wo kriege ich eigentlich Zünder her? Warte, das interessiert mich jetzt. Äh... Scheiß drauf. Ist mir wusch. Geht mir am Arsch vorbei. Warten Schirper. Der hat einen Zünder in seinem Inventar, oder? Ja, ansonsten wird er geführt halt. Ich hab's doch kein Problem mit. Äh... Na, Verkaufspotze. Willkommen zu... Angebot, du Lappin. Und kommen wir nicht auf komische Gedanken. Weil sonst schäle ich dich aus deinem Anzug. Zündhütchen klein. Z... Zünder. Zwei Phasen auf Wiedersehen. Zeit für Schläfchen. Für 10.441. So willst du mich verorschen grad, hä? Was ist denn in der Zeit schon für inner Medizin? Ja, leck mir doch den. Äh... Na, hier Hilfsmittel. Äh... Äh... Deckung, Buch der Elektronik, Baba, Wissenschaft, Lügen, Nikola Tesla, Pistolen, Begalismus, Schlöße heute, Flammenwerfer brauche ich nicht. Äh... Medizin und das da. Hobby was für die? Glaub nicht. Doch, ich hab was für dich. Wohlverladung, Bullenknüppel auf jeden Fall. Äh... Dreimaldynamit? Ja, siehst du doch. Kleinkalibergewehr, Karavanschro finde, Klopp, Klopp kriegst du nicht von mir. Schau ich aus, oder so, hä? Ja, klar. Natürlich. Äh... Ballcap with classes. Natürlich. Legionsrüten, Rüstung. Wo ist man bei den Rakutenhelm? Späherrüstung, den Helm. Klar. Soweit? Gut. Dann haben wir hier abgerettet. Was? Äh... Heilpulver kann ich dir anbieten. Konntest du nix anfangen, weiß ich. Als Roboter. Karnspaltbatterie, leere Mikrofusionszellen. Du willst mich jetzt grad verkackern. Ich hab grad meine Karnspaltbatterie verkauft. Leckere Mikrofusionszellen. Ach, das hab ich mal, äh... eingebaut. Leere Brennstofftanks. 36... 14! Ach so, 36. 14, äh... Whiskyflaschen. Äh... 30 und 50er. Zwölf Stück mindestens die Mikrofusionszellen kriegt er. 14.000 kriegt er noch von mir. Ah, ne? Ah, ne? Brandgranaten. Ich hab nix mehr. Ich hab's nix mehr. Let me. Irland Chirurgenoutfit kannst du noch haben. 14.333. Akzeptiere ich hab noch 28.700. Auf Wiedersehen. Wo krieg ich jetzt nen Zünder her? Naja. Alle Pfurz lang krieg ich nen Zünder in die Pfote, ne? Jetzt wo ich nen Brauch, krieg ich kein. Kannst du knicken? Ich krieg kein. Wir hatten so was. Ding? Vielleicht? Der Gary? Ne, wie hat's das auch? Hier. Chat. Mit C. Ey, die Kuh hat sowas nicht. Möchten Sie Vorräte kaufen? Handel. Natürlich. Angebot. Komm mir nicht blöd. Hat auch kein Zünder dabei, ey. Ich sag mal, ey. Hast du für den Flammenwerfer vielleicht irgendwas? Flammbrennstoff. Nimm ich. Fragmine. Kleines versautes, äh, kleines versenktes Buch. Das war's schon? Mehr hast du nicht? Danke. Ja, tschüss, auf Wiedersehen. Die Dingentante hat auch sowas nicht. Das kannst du knicken. Warum soll die sowas haben? Wo krieg ich nen Zünder her? Glaub ich nicht, dass die sowas verkauft. Normalerweise... Da ist er. Glockene Kehl. Alter, wie siehst denn du aus? Was ist denn die Steckdose gelangt? Für... Zucker, Zuckerbomben, Ödnern, Omelette. Aber sonst geht's noch, oder? Wahnsinn. Leck mich. Howdy. Du hast auch nichts zufällig. Ja, tschüss. Wo krieg ich nen Zünder her? Von wem krieg ich jetzt fucking nochmal nen Zünder? Der Doktor hat sowas nicht. Bergbau. Zünder. Sloan. Das ganze ist sowas vom Knicken, ey. Sloan, die haben sowas nicht. Äh... Gulb. Knärdiger Verbrecher. Äh... Eldorator Trockens... What? Achso. Da üben. Wer hat nen Zünder? Bei wem kann ich nen Zünder kaufen? Wo ist der Friseur? Wenn's einen gibt. Bringst du mir ein Ei von der Todeskrallen? Latrine. Äh, Kantine. Wollte ich sagen. Guten Morgen. Moin. Darf ich Sie was fragen? Ne. Was ist das Leckerste, das Sie je gegessen haben? Alter, du siehst ja wirklich furchtig aus. Warum fragen Sie, dass das nicht vor 200 Jahren hergestellt wurde? Ja, kaum zu glauben, dass manche Leute das Zeug immer noch essen, was? Also... Ich habe ein Rezept für Todeskrallen-Omelette, das ich mal ausprobieren möchte. Das Problem, ich brauche ein Todeskrallen-Ei. Irgendwie klar, oder? Wie Klosbrühe. Was bieten Sie im Tausch für das Todeskrallen-Ei? Wo finde ich denn? Was bieten Sie? Besonders gut bei Kasse bin ich nicht. Aber ich würde mich breitschlagen lassen, Ihnen das Rezept zu verraten. Echt? Sprechen wir über was anderes? Auch gut. Möchten Sie vielleicht was essen oder trinken? Ja, 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 ja. Angebot. Na klar. Wegen dem Rezept? Ja. Wo finde ich denn? Der Steinbruch nördlich von hier ist voller Todeskrallen. Nein. Da finden sich garantiert auch irgendwo ein oder zwei Eier. Ein Todeskrallen-Ei von irgendwo anders tut's natürlich auch. Meine Tante Rose sagte immer, die Dinger halten sich unglaublich lange. Ja. Sprechen wir über was anderes. Äh, fragen Sie sich noch auf Wiedersehen. Ich suche einen Zünder. Ich suche keine Eier. Ich suche Zünder. Na? Was will ich Ostern? Unser Sieg in Nelson ist eine Geschichte, die ich auf meinen Reisen gern erzählen werde. Ja, dann erzähl auch, dass ich das war. Du Arsch. Wir hatten noch sowas. Wen kennen wir denn noch? Wir haben doch alle Händler so durch. Der Waffenschieber. Trudy. Jet. Die Aldi hier. Klar. Ralf. Äh. Die in den Casinos kannst du knicken, die bekommen doch keine Zünder. Die Kings. Puh. Fabrik von H&H Tools. Kannst du vergessen. Kann ich nicht auch einen Zünder bauen? Hm. Habe ich nicht sowas auch im Inventar? Ich bin mir grad nicht sicher. Ich bin... Ich weiß nicht, aber... Ich glaube, ich habe sowas im Manko... Ich weiß es nicht. Ich habe da schon, glaube ich, nachgeguckt, ne? Yangtze Overall. Nö. Zeitbombe. Genau. Das war nämlich das. Da habe ich nämlich schon nachgeguckt. Das geht nicht. Das geht mal gar nicht. Irgendwas verarscht haben wir da oben an der Kiste? Ne. Gott. Ich heute die Leute. Superhammer. Super. Na super. Gleitertruhe, Werkzeuge und Tools. Ja. Ne Kettensäcke. Gleitertruhe, Skinny Bear. Ja. Bestelltelefon. Sehr witzig. Na 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 na. Na na na. Na na na. Keckofleisch, du nicht. Na na na. Bala Bala. Altmetall habe ich dabei. Hier kannst du Altmetall haben. Brenngranaten. C4 Sprengstoff. Chinesisch und so. Deckung. Pass auf. Ähm. Klopf. Klopf. Brauche ich. Für meinen Sehenfrieden. Äh. Fatman. Pulverladung. Puh. Gute Wörse. Die. Das macht den Pool auch nicht fett. Arzttaschen. Oh. Aufbereitetes Wasser. Ein Pfund frei. Das dann noch. Das dann noch. Chalapeno. Äh. Schlüssel heute. Schmutziges Wasser auf jeden Fall. Wodka Ödlein. Überlebenshandbuch. Schön. Der Rippiski Flaschen. Auf jeden Fall. Der Rippiski Flaschen. Er weiter tanken. Müssen wir jetzt endlich mal einbauen. Jetzt krieg ich noch ein Rappel. Würdest du vielleicht mal. Einmal speichern. Einmal einbauen. Ähm. Item. Waffen. Wo ist mein Flammenwerfer? Da ist mein Flammenwerfer. Ähm. X drücken. Toi. Toi. Passt. Danke.